Die Medaille Lea Borg, unglaublich starke Werferin, LV90 Ersgebirge, ist hier als Jahresbester angereist. Und sie holt sich eben diesen deutschen Meistertitel. Die Teilnehmerin der U20 Weltmeisterschaften ist der 25. geworden. 52,13 Meter stehen aus dem ersten Versuch. Jetzt kann sie nochmal alles geben, befreit aufwerfen. Und da hat sie nochmal ordentlich einen rausgehauen. Zum Abschluss, das ist die Zugabe von Lea Borg, LV90 Ersgebirge. Wir schauen mal auf die Weite. 53,61 Meter, das heißt nochmal eine Verbesserung hier im Letzten für Lea Borg. Unsere deutsche Meisterin der Weibnir 20 im Discus fuhr.